Feing ihn? Bitte. HALT! NEIN! Ich sollte mal das Anime One Punch Man weiterbauen. Das ist so ziemlich das einzige was mir grad bei diesem Kampf einfällt. Weil ich die alle so schnell erledige. Die sind zu schwach. Habe ich jetzt alle von den Wichses ausgeschalten? Ich kann immer noch nichts machen wenn ich bei ihm bin. Man! Das ist so nervig! Hör auf weg zu rennen du Wichser! Alles brennt sich! Ja ich kann nicht runter! Geh einfach runter Wichser! das mann ohne spaß hat sie noch irgendwelche von diesem polizisten oder was das sind security leuten halt ich muss es bekämpfen jetzt ging es aber komischerweise wittig's büro liegt vor dir sie haben ihn ermordet Jetzt kommen die Wichser. Genau, das ist so. Nice one. Das funktioniert ja mega nice. Oh Gott. Jetzt versuchen die Gegner nicht auszurichten. Die sind aber auch ein bisschen schwach. Ich dachte jetzt kommen die stärkeren Gegner. Wo ist der nächste? Ey Alter, das macht mega Spaß hier die Moves. Ich muss sagen, hier sind die Moves weitaus cooler als bei Assassin's Creed Syndicate. Äh, Alter lass sie an dem Boden. Wo rein? Ah, hier. Oh nice. Papa. Papa. Dad? Nicht so schnell Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Halt! Nein! Alter, das ist geil. Ach, du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Hat ja wunderbar funktioniert. Pfffff. Pfff. 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 Loll, Alter, wie asozial. Alter, das ist ja mega OP, das Ding hier. Was saugt denn die Lebensenergie aus, oder wie? Dem können wir auch schön nach draußen spazieren, kein Problem, locker, easy. Ach Leute, ist das geil. Und wie kann ich sie anschließen, das ist das Ding. Und vor allem, warum? Hallo, it's me. Ich überlege gerade, kann man hier oben das Zeug anhängen? Ich bin mir eben nicht mehr sicher, ich hab so lange kein Aston's Creed 3 mehr gespielt. Ich glaube, ups. Könnte es das sein, der Ort, wo ich die Sachen anhängen kann? Dass sie hier noch nicht nach London gegangen sind, um nach dem Tuch zu suchen, ist schon irgendwie komisch. Weil beim, äh, bei S-Squeed Syndicate sind es ja andere, äh, Sachen gewesen. Äh, andere Leute, meine ich. Was? Mit dem Anfang, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfahren. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerschüren. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut. Das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neu hinzuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, wann Fleisch scheiterte. Sorry, ich hab kurz die Fische gefüttert. Wir müssen ja auch was essen, ne? Okay, so. Können wir jetzt also die Sachen hier rein tun, oder wie? Ich versteh's nicht so genau. Vor allem, was bringt es uns, wenn wir solche Sachen anschließen? Was macht das für einen Unterschied eigentlich? Das versteh ich nicht so genau. Ups. Oh, nice. Bin trotzdem noch hier auf die Treppe gekommen. So kommt man auch hoch. Ich frage mich einfach, was ist hier oben? Dass das so spektakulär sein soll. Ich kann mich nicht mehr hochziehen. Ah, jetzt. Vielleicht weil da vorne Dings drüben war. Okay. Hier komm ich auf die neue Stufe. Sack. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten. Vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zisks zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür malte es uns ein Enten. Die heile Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schaffen wir nicht. Ein Sechsten, ein Achtel, ein Zehntel, blieben sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt so weiter. Krass. Wenn man sich das bedenkt. Was wohl da drin ist? Ah, hier kann ich das einsetzen. Alles klar. Gib nur einen Weg, das herauszufinden. Oh. 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 Dann... Unten hat sich eine Tür geöffnet. Da muss ich runter, ich muss runter. Also haben wir jetzt das Ding eingesetzts. Das ist gut. Ja. Fast. Egal, dafür sind wir jetzt wieder unten. Jetzt kann ich durch die Tür. Die ist da hinten, ne? Ja das ist die. Oh. Was ist dein Fakt? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können nicht sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren. So besitzt sie. Aber wir fanden bald einen Weit von uns. Waren uns erst genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken vor. Aber sie wurde zusätzlich. Wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden tausend fanden? Siegtausend? Mehr? Könnten wir die Beeinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen ein, den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer gewesen. Ist hier wohl noch was, wenn ich hier weiter hochgehe? Stimmt, oder? Ah, hier geht's weiter. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich sagen. Wie die Story hier weiter geht. Und deswegen spiele ich das auch heute. Und wenn ich für den Schluss war, zurückzureisen. Die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen. Und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk erfolgt hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Nia war, kennt. Schon bald beobachtete er auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu streichen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften. Sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Faszinierend. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweichirchen zu erklären. Einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfel, Sohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschehe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... Das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Juno. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, jetzt bin ich umso mehr gespannt. Was liegt hier hinter? Hier sehe ich sie schon. Minerva. Könnte natürlich auch zurück in den Animus gehen und weiter mit Connor spielen. Allerdings ist die Story hier auch gerade sehr interessant. Und deswegen will ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ich denke, das ist selbstständlich, ne? Warum denn auch? Hm. Hier scheint ich durchzukommen. Ja, jetzt bin ich hier drüben. Ups. Die war doch nur hier. Ah, jetzt. Etwas Neues öffnet sich. Ein neuer Pfad zur Weisheit. Wird er uns erleuchten oder den Sieg übrigen? Wird er die Erde retten? Das wissen wir alles noch nicht eigentlich. Und deswegen werden wir auch weiter spielen, bis wir es wissen. Denn das ist natürlich ne Frage, die man sich schon stellt, wenn man selber ein Mensch ist. Denn schließlich kämpfen wir auch nur ums Überleben. Um das Überleben der Menschheit. Um das Überleben der Erde. Und um unser eigenes Überleben natürlich auch teils. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie geschlafen oder so und wir haben Sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich mein, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... Ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe. Hätten Sie Erfolg gehabt? Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für Sie. Doch nicht für Euch. Ein Siege. Verschützt es. Doch Euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verhält es. Okay. Interessant. Aber ich will jetzt erstmal den Ort angucken, an dem wir eben noch nicht waren. Und zwar ist es diese komische Treppe, die sich ja vorhin geöffnet hat. Ist doch die hier, ne? So, mal gucken, was ist hier hinter? So. Ups. Och Mann. War das grad dumm. Schon ein bisschen tollquatschig. So. Mann! Mach mich aggressiv halt. So. Mach mich halt einfach. Ein Jahr gelb nährte sich. Voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verstehen. Denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schild der Bodenschutz. Doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern. Auf das wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Iter, der sich meldete, um es zu probieren. Iter. Mein Mann. Mein Lieb. Am Ende veränderte es ihn. Zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Kaule hätte überleben können. Sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich pflegte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Das muss sicher hart sein. Alter. Gibt's, äh, geht's hier irgendwo noch weiter? Dieser Ort hat ja schon ein bisschen labbern, ne? Schon so ein bisschen, ne? Ich weiß ja nicht. Ups. Hoppla. Komm ich hier nicht hoch? Das? Doch, jetzt. Geht's weiter. So. Okay. Okay. Und? Das ist sicher. Shh. Ich gehe jetzt hier. So. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020